8. Mai beschütten. Nach drei Jahren 2019 war das letzte Rennen. Wir freuen uns so dermaßen, dass es wieder rund geht. 1, 2, 1, GO, 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 SOFIA Rapsauer, ANALINA BEGENHOR, ECHEN LAMA! Ja, so it's great to be back in Schütten. I've done kind of two Bundesliga races here before. Yeah, I'm definitely motivated for the race. My fitness is slowly getting there. I'm not on top form. A great place to come to in a 50 meter swimming pool for the race is going to be definitely something different. 5, 2, 1, let's go! We're in the middle! Simon Rotter! Go to the race! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR